Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von LOL von A bis Z. Wir sind nach wie vor beim A wie Akali in der Midlane heute. Mit dabei sind der Christoph und der Stormblade. Hi. Und ja, ich darf gegen einen Yasuo in der Mitte ran mit 125.000 Punkten. Mit einer Akali mit 0 Punkten. What could possibly go wrong? Everything. Absolut. Immerhin habe ich eine ganz okaye Zona bei mir. Kannst du dir bitte das ganze Game bei mir abstimmen? Äh, easy. Selbst das würde uns glaube ich gegen Yasuo nix helfen. Sind die Pre-Made irgendwie? Ich könnte gegen Yasuo gewinnen. Das ist schwierig. Ah, Quatsch. Wir outplayen die einfach ganz easy. Ich habe auch fast eine Ahnung, wie man Akali spielt. Ich weiß, dass sie Schuriken werfen kann. Ich weiß, dass sie eine komische Rauchwolke machen kann. Was E und R machen. Keine Ahnung. Beziehungsweise die Rauchwolke machte ich nicht vor vom Tau. Und das ist... Okay. Wo Ruhm ist, sind auch Frauen. Du hast uns einfach Ruhmreich... Äh... Siehste, die Sona will schon zu mir. Das finde ich doch gut. Ich hätte es nur verlaufen. Ah, du wirst flutig. Okay, Range ist so. Okay. 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 Oh mein, bitte mich stets schon. Nein, nein, nein. Kill, du lässt dich schon. Nein, Fieder. Okay. Ach, Kurva. Wie fühl ich jetzt hier? Jeder hat eine Schwäche. Und auf die habe ich es abgenommen. Ja, das treffe ich jetzt mit meinem Scheiß-Q immer. Und dann treffe ich halt doch nicht. Ach. Willst du jetzt... Ist so, dann gucken wir doch mal, wie wir hier gegen den Yasuo spielen. Ja, ich muss nämlich sehen, wie es schon eine gefiedelte Bot legt. Wahrscheinlich ist der Jungler bei Bot-Side, ne? Dürfte er wohl sein, nicht? Weiß ich jetzt, vermutlich, ja. Ja, weil Garen war hier Top-Side. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Diese Zeiten sind vorbei. Mhm. Gut, last, jetzt klappen schon mal fast gut. Ich habe irgendwie... Irgendwie habe ich Hyped. Ah, stimmt. Ich block, glaube ich, das 100%. Ich habe Hyped. Ich bin mein eigener Meister. Tollstorm. Ach so, ich kann trotzdem fahren. Ach so, ich kann trotzdem fahren. Wenn Sie klug sind, dann kriegst Sie Sie weg. Oh, F... Ah, Klingelala. Ach, mein Ping ist wieder runtergepünkt schön. Ach, scheiße, durch Dorans Schild hatte ich nur... Ein Heilpott. Hm. Belastend. Ich kann nicht farmen mit Josu. Das habe ich mit Josu farmen, besonders mit Akali. Okay, ich verbessere wirklich mit Josu auf der Lane. Kann ich nicht farmen. Fuck. Scheiß. Fuck, Minion. Aha. Äh, MF ist back. Ja, ich habe halt 10 Farmen. Das ist fast viel. Ich finde, der Sonaskin sieht nicht mehr aus wie Sonas. Oh, ist richtig. Mich verwirrt es komplett. Wegen ihr Verlässerspiel, ne? Wegen dem Skin. Ja. Wenn Skins verwirren, sollte man Skins nicht einführen. Das ist wie der Gottkönig Garen oder sowas. Skin. Wo das Ehe einfach auslöst, als wäre es am lecken. Ja. Nein, Sona, nein. Was tust du da? Die 125.000 Punkte, Sona, noch nicht so gut. Das sind 125.000 Punkte, Sona. Das sind 125.000 Punkte, Yasu. Also Yasu, stimmt. Das war aber auch irgendwie 70.000 Punkte. Ich kaufe mir keine Träne, sonst bin ich... Sonst schaffe ich das gar nicht. Das Game. Die hat... Die hat 3-0 die MF. Jo. Let's farm. Ja, Farming Simulator 2019. Ich verstehe sowieso nicht, warum die Sona gerade so deep mit reingegangen ist. Die Zuschauer haben es gerade nicht gesehen, aber die war jetzt echt deep mit rein. Dann kann man ja supporten. Support ist Mord. Support ist Support. Weisheit, Support ist Mord. Ich hasse es, unterm Tower zu farmen. Niemand mag das. Ich habe 4 Minutes in Folge vermisst. 4 in Folge, das ist auch noch nichts. ADCs ist es echt viel. Ich stache weiter auf der... Warum? Ich wusste, dass der Penner da ist. Ich bin mein eigener Meister. Loll. Richtig einen dicken Damage. Okay, ich habe meine Ult. Will ich meine Ult haben? Vermutlich nicht. Ja, ich bin mein eigener Meister. hat mit dem leben gebetet als er so nahm den letzten ja so ist gerade richtig topside abgehauen naja da hat mich gesehen wie ich den dings verfolgt habe da fühlt er sich daheim da ist schon wieder so ein game 20 form nach sieben minuten bei uns fehlt botland komplett ja so ist auf dem weg richtung botszeit die sind beim rake vermutlich also wir sind schon nix drin ja wir sind beim weg ja waren beim weg Also ich glaube Schaden an Schämpchen habe ich bisher noch keine gemacht. Oh, war das krass. Hätte ich ein bisschen früher gedingst. Ich hatte einen lag. Actually habe ich den gar nicht so wenig Damage gemacht, aber... Der Jacks ist ja schon wieder in dir. GG Schreiter, was fehlt er denn jetzt, alter? Was ist denn mit dem falsch? Hast du ihn gerade gekillt? Nö. Bring sie um. Aha. Bring sie um? Ja, was geht der auch so tief rein jedes Mal ohne Witz? Auch selber schuld, denn der permanent stirbt. Der denkt vermutlich, der ist heftig, weil er mich Minute 8 getower-dived hat mit seinen Ults. By the way, ist Miss hier, ne? Loll, der ist ja fast mit dem Tor gespielt. Ja, so ist Miss. Nö, jetzt ist wieder da. Ich bin so fett. Richtig. Gibt es einen Tipp? Abnehmen. Ich brauche noch. Ja, meine, meine Feeding-Sona ist wieder da. Loll, was war das für eine Aktion? Jetzt frage ich mich, ob es nur noch jedes Mal. Das war so verwirrend gerade. Er ist einfach aus dem Busch rausgeflasht, in der Tower, hat mich nur irgendwie rausgekillt und dann... Das fasziniert halt einfach nicht. Mann, Yasuke ist doch ein Drecksjam, ey. Freu dich, wenn du bei ihm bist. Okay. Hat diese Leute noch auf Chaos? Okay. Ich könnte ein bisschen Hilfe brauchen. Ich kann gleich einmal runterholfen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Kannst mal versuchen, ich hab's mal nie gemacht. Das Problem ist, da braucht kein Flash, um mich zu töten. Ja, aber trotzdem hat er Flash raus. Ja, alles gut. Ist das positiv da? Also du bist wieder da, ne? Du darfst gerne... Dings kommt von oben, Dings kommt von oben, Jack, Jack, Jack. Jack ist nicht der Smarteste. Keine Sorge. Nee, ist wirklich nicht der Smarteste, du hast so die Playsom hier. Bei ihm müssen wir nur aufpassen, dass der nicht fett wird. Der so verfolgt mich anscheinend? Das ist in Ordnung für mich. Kack. Ja. Warum rätst du da noch nicht her? Ähm... Wieso hat jemand gehört? Was ist da los bei euch? Hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Vermutlich nicht, ne. Nee, nicht so ganz. Erstmal Mastery zeigen. Ich sollte diese ganzen Champs echt nicht First-Time spielen, ey. Vorraufnommen sollte ich sie zumindest mal bisher geübt haben. Ich hab gerade so 3-Nable-Up geschenkt bekommen. Ja, das ist immer nice. Geil mit der Spiel. Die MTR ist dann gestupst, ne? Ich hab gesagt, das ist Lul-Spiel. Talia sollte da vielleicht abhauen. Auch wenn sie gerade gut Schaden macht. Ja. Aber Jax ist topside. Lass den Feind nicht davonkommen. Finde ich jetzt eher ungünstig. Ja... So, und dann macht er auch noch ein bisschen Damage. Letztlich gesagt, du sagst, du sollst laufen. Ich würde auf ihn hören. Sie können mich nicht aufhalten. Sie können es aber gern versuchen. Er hat kein Ult. Doch, er hat die Ult. Ja, ich frage mich, warum die gerade nicht eingesetzt wird. Das hat locker gereicht. Ja, so ist übrigens Mist hier. Ja. Naja, ist wieder zu. Hast du gerade einen Double Kill gemacht? Äh... Glaube. Wie du glaubst? Ja, ich bin mir nicht sicher, wer den ersten Kill gemacht hat. Entweder Sona oder ich. Ja, Sona, ich weiß noch nicht ganz, was du hier machen willst. Die ist nicht bad, die ist not bad. Also, was ist schade. Ja, aber... Herald wird hier oben gemacht. So, ich wird hier oben ausgemacht. Das ist sehr unpraktisch. Das war mein Tower. So, liebe Kinder, findet ihr ganz fix ein paar Tauern. So, liebe Kinder, findet ihr ganz fix ein paar Tauern. Oh, fucking hell. Ja, das war fast gewollt. Weil die machen gerade meinen Botlane Tower. Ich hab einen Kill. Sehr gut. Ah, man doesn't fail my Botlane Tower. Ich hab auch nur absolut alles dafür verwendet. Ignite, Flash. Tauern. Tauern ist Tauern. Äh... Warte, Kill ist Kill, mach ich. Aber hallo, ey. Okay, wir werden auch nur den zweiten Tower verlieren. Ja... Hier kommt ein TP aus. Ach, Sche... Ja, eventuell ist der Yasu schon ein Ticken gefeedet. Ich will das jetzt nicht ausschließen. Oh... Null. Aber er ist nur executed. Schade. Komm, nein. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass sie... Ich sehe das als meinen Kill an, dass ich unterm Tower nicht gegen den Yasu gestorben bin. Ja. Kannst du machen. Sehr gut. Juckt nur kein. Doch, nicht Jungs. Für Ehre. Für Ehre. Ja, bringt noch mehr, bringt nichts. Meine Mutter war die Faust der Schade. Ich erledige den Yasu. Ja, ja. Guck mal, ich kann Damage machen. Ja. 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 Ich weiß nicht, was die Hand Damage machen. Ja. Wenn man so einen spielen kann. Ich werde nicht mehr über die Länge laufen. Oh. Oh. Komm. Meikel. Nein, nicht Meikel. Dein Kill. Oh. 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 Mach nix raus. Ei sei mit dir wolf. Ha. Sext umgebracht. Nerde. Ich habe ein paar Sekunden wieder holt. Ach, eventuell bräuchte ich doch lieber Platz zuerst. Da, ein weiterer Sprung, den du da gemacht hast. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass das schneller geht. Ich habe nur die Geschwindigkeit raus, wie fix das ist. Ich merke gerade, dass ich keinen Planer kann. Ja so, oder? Oh nein. Der macht... Der Marsch. Ey, der steht nicht 13-2, das ist eine Einbildung. So. Ich dachte, ich muss meine Brille putzen. Oh Mann, ist das belastend. Alter. Die haben mich so hin und her gereicht. Ich war für die Nutter von allen. Jeder darf nur draufschlagen. Das war weg von hier. Ich muss nur draufschlagen, ja. Nicht nur draufschlagen. Ich lief Botlin echt gut, bis ich Mitte geworben bin. Nee, den Tower geholt. Beide Tower geholt haben. Ja. Ist das dumm, was der für einen Schaden macht, ey. Wird abgerechnet. Ja, aber auch. Nein. Hast du ihn uns verteidigen? Ach, er lebt. Oh Gott. Ich weiß nicht. Irgendwie mega Hyping. Ich weiß nicht genau was. Ich weiß nicht genau was. Ich arbeite allein. Das ist für alle besser. das hat uns diraks müssen weg gehen ich hab ich hab keine mana mehr kann die mama geron kriegen wir sowieso nicht wenn wir so in 12 minuten ihn töten ach ich hab doch ausbildlich könnte ich bin nicht hier um freunde zu finden ist trotzdem hinterher gerund allein ich hatte hextech gunblade fertig ich hätte ihn slowen können wenn die dinge also gegen den joshu darfst du gerne hin und so noch nicht so wirklich bock drauf habe ich den damit gesagt nein sondern ich würde da nicht hinterher gehen aber es für fortune kommt gerade zeit naja ich würde mich aber eher dem jasuo annehmen ich bin gesahlgelenzt jetzt muss das der axel nicht wieder naja so der war es jetzt muss ich da weg gehen ich habe reingeholt welche hast du die echten tüten das format ausgetaucht dafür sind die erfolgserlebnisse dann umso größer wenn du mit der rolle gewinnen junge am mumu im jungle werde ich rasieren ich habe glaube ich mal ein game wo wir gespielt vergleich sohn meine sohne gebe ich das nicht das nicht verdient ich bin auch immer eisendrei ich habe übrigens mehr damage gemacht als hier alle das wundert mich nicht ja gar nicht ja aber wir haben eine akadie gefühlt habe ich mehr damage gemacht aber habe ich offensichtlich zum schluss nur jasu hat mir damage gemacht ja gut liebe leute das war dann die nächste runde ne wir danken vielmals fürs zusehen und sehen uns wohl nächstes mal wieder dann mit alistar ich dachte mal wieder support spielen jawohl da ist das erfolgserlebnisse ich sehe da erfolgschancen wobei ich alistar auch noch nicht so häufig gespielt habe und ewigkeit nicht mehr naja auf jeden fall vielen dank fürs zusehen liebe leute und haut rein bis zum nächsten mal tschau tschau